Freunde vs. Beste Freunde Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf unserem Kanal für Butterfly. Heute geht es um Freunde vs. Beste Freunde und ich hoffe ihr habt Spaß. Verletzen Freunde Autsch, hab ich verletzt! Ich hol dir ein Pflaster oder Kühlkissen. Danke! Beste Freunde! Au, ich hab mich verletzt! Ach wirklich, zeig mal her! Aua! Jetzt tut's an einer anderen Stelle weh. Musik! Freunde! Soll ich Musik anmachen? Ja! Welche? Irgendeine! Beste Freunde! Ich mach Musik an! Mach unseren Song an! Ich versteh schon! Zu Besuch kommen! Freunde! Das ist bestimmt Ella! Hi Rose! Hi, komm rein! Beste Freunde! Beste Freunde! Das ist bestimmt Laura! Hallo Bros, ich hab Hunger! Wo ist eure Küche? In der Küche? Danke! Sie hat immer Hunger! Rücksicht nehmen! Freunde! Oh, sie schläft, ich muss leise sein! Ganz leise! Beste Freunde! Oh, sie schläft! Ich geh einfach in die Küche! Ja, Salat! Freunde! Hm, lecker Salat! Oh, warte, ich hol dir lieber auch was! Guten Appetit, Ella! Beste Freunde! Keine mehr! Ich! Nein, ich! Ich bekomme mehr! Ey Rose, ich habe eine Idee! Lecker! Laura, na, warte! Übernachten! Freunde! Rose, du hast ja keine Decke! Ach, schon gut, Ella! Nein, nein, ne, meine! Dankeschön! Beste Freunde! Rose, du hast meine ganze Decke! Oh, Laura, jetzt hast du mehr Decke! Ein kleines Stück! Freunde! Darf ich bitte ein ganz, ganz kleines Stück? Natürlich! Dankeschön, es war sehr lecker! Bitte! Beste Freunde! Darf ich bitte ein kleines Stück? Ja, natürlich, aber ich habe riesigen Hunger! Also nur ein kleines Stück, ja? Ja! Ups! Ach, Menno, Laura, ich wollte da was essen! Ich konnte nicht anders! Es sah so lecker aus! Nicht schlimm! In der Öffentlichkeit! Freunde! Oh, das ist ja Ella! Hallo! Hi, Rose! Wir sehen uns dann in der Schule! Ja, genau! Beste Freunde! Hallo, Laura, hallo! Oh, hallo, Rose! Hast du deine Hausaufgaben nicht schon fertig? Wow, du hast ja deine Haare! Nein, sie war es voll schön, ne? Hi, Kumpel, Loris! Lass mal drücken! Sollen wir uns mal wieder treffen? Eine halbe Stunde später! Naja, okay, tschüss, Laura! Wir müssen weiter! Tschüss! So, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat das Video gefallen! Falls ja, gebt bitte einen Daumen nach oben! Teilt das Video auch mit euren Freunden! Wir freuen uns, auch wenn ihr seinen Kanal abonniert! Wir freuen uns, auch wenn ihr uns auf Instagram folgt! Da heißen wir streamen-butterfly- Tschüss! Freut euch auf die nächste Folge! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!